Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir die Frage beantworten, wie Sprachentwicklung bei Kindern stattfindet und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video. Zuvor gilt wie immer, das Video ist ein Bestandteil von einem Video, was wir insgesamt aufgenommen haben, also ein großes Video. Auch das könnt ihr euch gerne angucken. Das ist nämlich jetzt in der Infokarte verlinkt. Ansonsten checkt gerne die Timestamps aus und falls ihr das Gesamtvideo schon gesehen habt, ist das Video leider nur Wiederholung, aber sicherlich trotzdem hilfreich für euch. Also, bleibt unbedingt dran und dann viel Spaß beim Video. Abschließend wollen wir uns jetzt noch die Frage angucken, wie erschließen sich Kinder die Sprachwelt. Und dafür gibt es vier zentrale Punkte, die für die Erschließung der Sprachwelt relevant sind. Und das erste sind die sozialen Interaktionen. Hier muss nämlich ganz klar gesagt werden, es gibt ganz unterschiedliche Psychologen und Sprachforscher, die sich zu diesem Thema verschiedene Theorien angeeignet haben. Viele kommen aber zum Schluss, dass externe Faktoren ein wichtiger Punkt sind, um die Sprachwelt als Kind zu erschließen. Und das insbesondere durch intensive soziale Interaktionen mit beispielsweise den Eltern, Geschwistern oder auch anderen Bezugspersonen. Im psychologischen Rahmen spricht man da häufig von den sogenannten Peers, also den Personen, die dann im Umfeld vorhanden sind, beispielsweise Freundesgruppen, insbesondere im Zuge der Pubertät, sind diese besonders wichtig und dienen der Sprachentwicklung. Der direkte Austausch von Sprache ist dabei in Form von Gesprächen, Erzählungen, Interaktionen möglich und spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Sprachverständnis, aber auch der Sprachproduktion. Wir gucken also erneut auf die Kommunikation, aber auch auf das Empfangen von Kommunikation. All das findet durch soziale Interaktion statt und wird durch soziale Interaktion erlernt, beziehungsweise die Fähigkeiten werden verbessert. Beobachtung und Imitation, also Behaviorismus, ist außerdem ein Teil. Wir haben zum Beispiel Watsons Ansatz kennengelernt, der dazu dient, dass Kinder diese Sprachwelt besser verstehen und erklärt, wie Sprache in ihrer Umgebung aufgenommen wird und anschließend nachgeahmt wird. Dieser Prozess ermöglicht es Kindern also nicht nur Wörter und Sätze zu verstehen, sondern auch die korrekte Aussprache und Intonation zu erlernen. Außerdem ist ein ganz wichtiger Teil, gerade bei Kindern, wenn wir uns junge Menschen angucken, Exploration und vor allen Dingen Neugier. Denn durch Neugier und das ständige Ausgesetztsein gegenüber neuen Zusammenhängen, gegenüber komplexen Zusammenhängen, die man nicht versteht, hat man eine aktive Auseinandersetzung mit der Umgebung. Und das Benennen von Objekten, das Entdecken von Büchern und das Hinterfragen von Zusammenhängen fördert dadurch die sprachliche Entwicklung, indem Kinder ihre eigene Welt verbal erforschen, also ihre sprachliche Fähigkeit verbessern. Und dazu passt auch die spielerische Sprachanregung, das heißt Spielen und kreatives Engagement bieten Kindern eine spielerische Umgebung, in der sie die Sprache erlernen können und erleben und erweitern außerdem das Feld, in dem sie sich bewegen. Durch Spiele, Lieder, Reime und auch Geschichten wird die Freude an der Sprache gefördert und andererseits auch das Sprechen bewusster gemacht, positiver gemacht und unterstützt dadurch die Entwicklung von Wortschatz, Grammatik und auch kognitiven Fähigkeiten, die im Zusammenhang mit der Sprachentwicklung eine zentrale Rolle spielen. Und bevor es jetzt weitergeht, wollen wir euch darauf aufmerksam machen, dass wir ein Lernheft zu genau diesem Thema verfasst haben. Alle möglichen Ansätze von Philosophen, aber insbesondere natürlich auch Psychologen im Sinne der Sprachentwicklung sind da drin enthalten. Also alles, was ihr für das Abitur braucht. Außerdem bekommt ihr jetzt 25% mit dem Code ABITUR25 auf alles, was in unserem Shop verfügbar ist. Und das besonders Tolle ist, dass in diesem Shop auch ein Sparpaket für das gesamte Deutschabitur vorhanden ist. Das heißt, alles, was ihr braucht, ist in diesem Sparpaket vorhanden und das könnt ihr gerne auschecken. Auch da bekommt ihr 25%. Das sind die ersten beiden Links in der Videobeschreibung. Bitte entschuldigt, dass es ein bisschen Werbung in eigener Sache gab, aber jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Gucken wir uns Wajkowski's Ansatz zur Sprachentwicklung an. Wajkowski ist dabei der Meinung, dass soziale Interaktion als Schlüsseldienst, das heißt, hier spielt die entscheidende Rolle, soziale Interaktion für die Sprachentwicklung, Sprachentwicklung kann nur stattfinden, wenn der Mensch sich in sozialen Beziehungen zu anderen Personen befindet. Er argumentiert dadurch, dass Kinder durch Interaktionen mit erfahrenen Sprechern insbesondere, das ist klar, wenn wir über Erfahrungen sprechen, geht es insbesondere um Erwachsene, ihre sprachlichen Fähigkeiten erweitern. Was er hier konkret meint, ist einerseits der Erfahrungsschatz, den Erwachsene haben, den ältere Personen haben und dadurch natürlich auch eine gewisse Sprache haben, die sie an den Tag legen und andererseits den Wortschatz, der sich über die Jahre hinweg aufbaut und der dadurch eine Möglichkeit bildet, durch soziale Interaktionen zu lernen und langfristig sprachliche Fähigkeiten zu verbessern. Die sogenannte Zone der nächsten Entwicklung, also die ZPD, ist ein ganz zentrales Konzept in seiner Theorie und hier geht es darum, den Bereich zwischen dem aktuellen Entwicklungsstand eines Kindes und dem höheren Niveau, das es mithilfe einer kompetenten Partnerin oder eines kompetenten Partners erreichen kann, abzubilden. Sprachliche Fähigkeiten entwickeln sich dabei optimal innerhalb dieser Zone durch gemeinsame Aktivitäten mit erfahrenen Sprechern. Was wir hier also ganz konkret beobachten können, ist, dass eine Entwicklung bei einem Kind stattfindet, immer indem wir einen Sprachpartner haben, einen Kommunikationspartner, der im Idealfall laut Weikowski hier schon weiter ist und sprachliche Fähigkeiten darstellen kann und dadurch dann eine Weiterentwicklung stattfindet. Aber ganz wichtig, dass diese sprachlichen Fähigkeiten auch noch nicht zu weitgehend sind, weil sonst man sich außerhalb dieser Zone der nächsten Entwicklung befindet und dadurch die Sprachentwicklung eben nicht optimal stattfinden kann, sondern bestimmte Stufen übersprungen werden und dadurch kein langfristiges Verhalten erlernt werden kann. Außerdem ist Sprache ein kulturelles Werkzeug des Denkens. Das heißt, Weikowski sieht Sprache nicht nur als Mittel zur Kommunikation, sondern auch als Werkzeug des Denkens. Durch den Erwerb der Sprache, sagt er, internalisieren Kinder soziale Prozesse und entwickeln höhere kognitive Funktionen. Was das konkret bedeutet, ist einerseits, man hat eine bessere Denkfähigkeit, wenn man sich ausdrücken kann. Das heißt, während Sprache natürlich in erster Linie der Kommunikation dient, sieht Weikowski hier ganz konkret auch, dass diese sozialen Prozesse einen Denkprozess anregen und dadurch Kinder intern, also in ihrem Denken, sich entwickeln können und Sprachentwicklung stattfinden kann, die wiederum andere Denkprozesse anstößt bzw. langfristig dazu führt, dass Kinder sich weiterentwickeln können in jedem Lebensbereich. Außerdem werden kulturelle Einflüsse betont. Das heißt, kulturelle Faktoren spielen eine wesentliche Rolle in der Theorie von Weikowski und die Art und Weise, wie Kinder Sprache erlernen, wird stark von den soziokulturellen Normen, Werten und Praktiken beeinflusst, die in ihrer Umgebung vorherrschen. Das heißt, externe Faktoren sind hier erneut wichtig, um eine langfristige Sprachbildung und Sprachentwicklung darzustellen und diese ist enorm beeinflusst durch diese externen Faktoren, denn nur diese können langfristig auch eine ganz konkrete Entwicklung darstellen. Und damit möchten wir uns bedanken für eure Aufmerksamkeit. Das soll es heute gewesen sein mit dem Video. Lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Ansonsten freuen wir uns auch ganz bald, euch wieder hier zu begrüßen. Außerdem sind einige Playlists in der Infocard verlinkt und abschließend natürlich nochmal ein bisschen Werbung und eigene Sache, denn wir haben das Lernheft für euch gemacht. Sprache, Denken, Wirklichkeit, alles was ihr braucht. Aufgaben, Lösungen und natürlich ganz viele Texte, die nochmal alles zentral zusammenfassen. Das könnt ihr jetzt außerdem mit einem Code von 25%, Abitur 25, 25% sparen. Checkt es unbedingt aus, außerdem das Sparpaket. Erster Link in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao!